Herzlich Willkommen zu diesem Video. Für uns geht es heute zur nächsten Bahamas Insel. Wir segeln von Crooked Island nach Long Island zum kleinen Ort Clearance Town. 40 Seemeilen liegen vor uns. Es warten wieder atemberaubende Naturspektakel auf uns, doch bevor wir euch dahin mitnehmen, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir starten früh morgens und ziehen noch im Windschatten der Insel die Segel hoch. Wir fahren zuerst Richtung Leuchtturm, weil wir uns den nochmal von nahem anschauen wollen. Seit wir segeln, haben wir die Bedeutung von Leuchttürmen nochmal ganz anders kennengelernt. Wie oft sind wir bei Nacht an einer Insel angekommen und haben uns über ein Licht im Dunkeln gefreut, das wir mit unserer Seekarte abgleichen konnten. Wir versuchen es immer wieder auszumalen, wie sich wohl früher die Seefahrer an den Leuchttürmen orientiert haben und wie schwierig es damals gewesen sein muss, ohne all die Elektronik, die wir mittlerweile nutzen, irgendwo mit einem Schiff anzutauen. Wir sind auf dem Weg von Crooked Island nach Long Island. 40 Seemeilen sind das. Wir sind heute Morgen schon losgefahren um 7 oder so und haben jetzt noch so 10, ja 5 bis 10 Meilen sehe ich jetzt von hier gerade gar nicht vor uns. Und haben jetzt gerade mal den Motor angeschaltet. Der Wind hat nachgelassen und wir müssen auch ein bisschen Strom machen. Es ist brütend heiß. Auf jeden Fall kommen wir jetzt gleich auf Long Island an und das Highlight dort soll das Blue Hole sein. Das ist ein kleines Loch im Meer, was mehrere hundert Meter runter tief geht. Das ist das zweitiefste Loch der Welt. Das zweitiefste Loch der Welt und dort sind auch immer diese Deep Dive Events von diesen Apnoe-Tauchern. Und ich glaube, der Rekord liegt bei 110 Meter ungefähr und da tauchen die immer runter. Mal gucken, wie tief wir kommen, aber ich habe schon richtig Lust, dass wir uns das angucken. Das ist bestimmt atemberaubend. Und jetzt so langsam können wir auch mal ankommen. Es ist ganz schön schaukelig bei so wenig Wind jetzt hier am Ende. Und Motorfahrt bockt eh nicht, deswegen ist es Zeit, dass wir jetzt ankommen. Nach ungefähr acht Stunden kommen wir in Clearance Town an und haben dadurch, dass wir so früh losgefahren sind, noch den halben Tag vor uns. Als erstes suchen wir uns einen guten Ankerplatz, denn obwohl die Bucht riesengroß wirkt, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten hier. Da die Bucht übersät ist von Riffen und Sandbänken, durch die wir uns hindurch schlängeln müssen. Und natürlich gibt es auch wieder den üblichen Ankercheck. Thilo gräbt den Anker meistens nochmal zur Sicherheit mit der Hand ein. Man, wenn ich hier nach dem Anker gucke, guckt mich hier die ganze Zeit so eine Barracuda an und verfolgt mich. Doch, der hat mich die ganze Zeit verfolgt am Anfang. Nein, ich will nicht unbedingt filmen, der kommt immer wieder und ich will nur den Anker gucken. Gar nicht, ich will den nur vertreiben. Ich muss Mut beweisen. Ich muss dir zeigen, wer der Bus hier ist. Das ist mir schon ein bisschen aufgeregt. Da war noch ein zweiter Anker. Wir haben jetzt wieder über die Barracudas und von denen habe ich ja ein Microfisch. Weil die kirschen sich immer an und verfolgen einen einfach. Und dann machen die den Mund auch so... Irgendwie habe ich Schiss vor Barracuda. Ich weiß nicht wieso. Jetzt geht es erstmal zum Hafen. Hoffentlich gibt es da einen Möllheimer. Hoffentlich gibt es da Frischwasser. Hoffentlich ist da irgendwas. Eine Bar oder was auch immer, dass man mal wieder ein bisschen unter Menschen kommt. Wir sind jetzt seit gut zwei Wochen unterwegs. Und ich hätte gedacht, die Bahamas sind irgendwie voller. Bis jetzt die Inseln sind alle so leer. Wir sind oft das einzige Boot. Da ist ein Motorboot. Soll ich nicht mit den Freunde werden? Nein, Motorboote. Haben wir nichts mit zu tun, oder? Haben wir nichts mit zu tun. Auf jeden Fall sind das hier immer ganz schöne Distanzen, die man mit dem Dingi zurücklegen muss. Das ist alles viel weitläufiger und größer, als ich mir das vorgestellt habe. Um irgendwie an Land zu kommen. Unser Motor macht das richtig gut. Der läuft wie am Schürchen. Unser Dingi ist leider sehr platt immer. Wir müssen das eigentlich immer aufpusten. Manchmal sogar zweimal unterwegs, weil das so schnell Luft verliert. Und wir können hier nirgendswo vernünftigen Kleber finden. Wir haben schon so viele verschiedene Kleber jetzt da drauf geschmiert. Und nichts hält so richtig. Aber es gibt hier halt keine Läden. Gar nichts. Höchstens von so einem Mini-Supermarkt, wo es dann so einen Sekundenkleber gibt. Das war es auch. Und auch keine anderen Boote, mit denen wir mal connecten können und die fragen können. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber ja, da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen punkten halt. Da ist ein Segelboot im Hafen. Einfach ein einziges Segelboot. In einem kleinen Ort auf dieser Insel ist es sehr einsam. Wir treffen eigentlich so gut wie niemanden hier, mit dem wir mal ein paar Worte wechseln können. Mittlerweile kommen wir auch mit dem Englisch, was hier gesprochen wird, ganz gut zurecht. An den meisten englischsprachigen Orten, an denen wir ankommen, müssen wir uns erst etwas in die Worte und in die Aussprache, die hier verwendet wird, einfinden. Unser Schulenglisch reicht hier zu Beginn unserer Reise nicht so wirklich aus. Doch dank der Sprach-App Rosetta Stone wird es immer besser und wir können uns von Ort zu Ort besser verständigen. Immer wieder nehmen wir uns ein paar Minuten am Tag, um neue Englischlektionen durchzugehen. Rosetta Stone verlässt sich nicht auf Übersetzungen oder einfaches Auswendiglernen von Vokabeln. Man lernt eine Sprache ganz intuitiv, wie man sie als Kind gelernt hat. Wenn wir eine längere Segeletappe zurücklegen, laden wir oft eine Lektion von Rosetta Stone vorher runter. Dann können wir schon mal während des Segels üben, bevor wir an einem neuen Ort ankommen. Das bezieht sich nicht nur auf Englisch. Wir finden es immer ganz schön, wenn man sich von der jeweiligen Landessprache ein paar Wörter aneignet, um mit den Leuten irgendwie ein bisschen besser in Kontakt treten zu können. Was sehr geil ist, es gibt momentan bei Rosetta Stone ein Angebot, mit dem ihr über 60% Rabatt bekommen könnt. Checkt das unbedingt aus, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe meine Lektion für heute beendet und jetzt gucken wir uns erstmal noch einen Film an und lassen den Abend ausklingen. Wir holen Sie hier. Ich würde da feinen. Sie haben. Und Sie haben den Job einen Film an. Ich will hier so hoch machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Leute, Freunde Wir sind jetzt hier gerade an dem Spot, wo man nicht schwimmen gehen soll Hier werden immer die Fischreste von den Fischern reingeschmissen Und deswegen tummeln sich hier ganz viele Haie Und Leonie war so aufgeregt Und ist hier langgelaufen Und ist an dem Bordstein hängen geblieben Hat sich gemauert, hat jetzt ein offenes Knie Und wäre fast ins Wasser gefallen Was wäre passiert? Mit blutigem Knie in dem Haifischbecken Leute, Leute, Leute Sie macht hier Sachen Zilo hat geholt, ich soll schnell kommen Und gucken da, wer ein Hai Ja, aber wer ist denn so tollpatschig an einem Haiebecken hier Mann, Mann, Mann Da bin ich hingefallen Hier noch mal einer Vorsichtig, hier sind die Haie Unter dir Nicht hier reinfallen Die happen ganz schnell zu Vorsichtig mit dem Dingi da Achtung, hier ist voll nierig Da kommt doch jetzt hier das Riff Ach ja, wo ist das? Da links durch Hier sind überall Riffe Da muss man selbst mit dem Dingi aufpassen Wenn man an Land fährt Dass man nirgendswo mit der Schraube hängen bleibt Aber hier müsste tief genug sein Und der Palmenstrand sieht gut aus Und hoffentlich gibt es da ein paar Palmen Die wir uns Oh Die wir uns pflücken können Mh, schönes Palmenwasser und Palmenfleisch Ach, Kokoswasser und Kokosfleisch Oh, schönes Palmenwasser und Kokoswasser und Kokoswasser Alles ist gut Alles ist gut Wow Schön Das ist hier etwa eine Klitterpalme? Nicht runterfallen Nicht runterfallen, ne? Tilo Alter, ich bin im Paradies Achtung Richtig süß Richtig, richtig geil Ich will auch noch mal einen Schluck Das ist so lecker Ich will auch noch einen Schluck Leider leer Ich pflück dir noch eine Okay Aber die noch aufmachen Jetzt schlagen wir die mal auf Mal gucken, wie viel Fruchtfleisch da drin ist Die ist noch ganz frisch Und dann haben die mal dieses glitschige Richtig saftige Fleisch Umso älter die ist Desto weniger Flüssigkeit ist drin Oder fast manchmal gar nicht Und dann haben die dieses richtig zäh, harte Kann man halt mehr von essen Ist mehr Nahrung dann drin Ich glaube, die anderen beiden sind schon ziemlich alt Da müsste es so sein Aber hier kann man dann Wirklich so einen Glitsch rausholen, ne? Nicht nachmachen, Leute Die ist ein bisschen vermodert, oder? Ne, ne, das ist jetzt eine ältere Und Da war jetzt gar kein Wasser mehr drin Aber dafür Hartes Fleisch, ne? Schönes Dickes, hartes Fleisch Ich finde das Glitschige besser Auf jeden Fall Haben wir ein Paradies Im Hintergrund steht das Boot Ganz alleine Einsamer Strand Palm, wo man sich die Kokosnüsse von runter pflücken kann Richtig niedrige Dinger Da kann man so gerade eben hochklettern Und sich ein paar nehmen Jetzt entspannen wir hier ein bisschen Ich gehe gleich schnorcheln Mit ein paar Haien Und Fischen Im Korallenriff da drüben Leonie will mit ihrem blutigen Knie Sich ein bisschen auskurieren Hat ein bisschen Angst jetzt Schwimmen zu gehen Ist auch verständlich Man muss es ja nicht provozieren Ich will mich nicht auskurieren Ich will nur nicht die Haie anlocken Ja genau Da waren so viele Haie Wenn die hier Also ich habe gelesen Oder gehört An den Orten, wo Haie gefüttert werden Mit Fischmüll Da sind die so ein bisschen Kirre Kirre Durch die ganzen Leute Und Menschen Und vielleicht Touristen Und durch das Futterzeug Und irgendwie Gehe ich dann vielleicht nicht Schwimmen Okay, jetzt erstmal entspannen Leonie entspannt Und ich gucke mir mal Die andere Ecke hier An Machete natürlich dabei Da steht unser Boot Richtig geiler Sandstrang Mal wieder im Paradies Leute Vor allem die jungen Leute Sprechen hier jetzt an Es müssen mehr junge Leute Segeln Bei uns in Europa War immer das Problem Van Urlaub Schön und gut Mit vielen Freunden Unterwegs gewesen Und man hat auch Den ein oder anderen Schönen Spot gefunden Wo man Lagerfeuer Machen konnte Ein bisschen Party Einfach mit Freunden Das Leben genießen konnte Aber Aber niemals So nen Spot Und deswegen Kleine Flottille Mit ein paar Freunden Oder Bekannten An den unbekannten Ort segeln Dort auf der Insel Ein Lagerfeuer machen Ein bisschen Fischen gehen Einfach leben Stockbrot eintrinken Das muss mehr Vollzogen werden Denn das ist das Leben Und es macht richtig Spaß Jetzt sind wir schon seit ein paar Wochen Zu zweit unterwegs Klar man trifft hier und da mal Leute Aber die meisten Segler sind jetzt Schon älter Weil man halt irgendwie auch teilweise Das notwendige Geld braucht Aber man kann es auch low budget machen Wenn man es wirklich will Wir haben viele Freunde Die das auch mit einem ganz kleinen Geld machen Und wir machen es ja auch low budget Und es funktioniert Und Nichts gegen die alten Leute Die können ja auch alle machen Was sie wollen Aber Jeder weiß glaube ich Was ich meine In jungen Jahren Das ist match Und Einfach hier auf Inseln Deswegen Aber ich freue mich schon Auf Matti, Luisa und so Die treffen wir in Ein paar Wochen Und dann Segeln wir zu Viert Oder vielleicht sogar zu Sechst Mal gucken hier die Inseln ab Das ist natürlich Auch richtig schön Ich hab einfach schon Eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Kleber sind hier jetzt schon drauf Also es war noch keiner davon der Richtige Also probieren wir uns einfach mal durch Durch das Bahamas Klebersortiment Nächstes Thema Schnorcheln Mit den Heiden ist natürlich hier ein Ding Man muss respektvoll Und behutsam Tauchen gehen Da bin ich der Beinung Da bin ich der Beinung Dann geht alles gut Klar man sollte nicht in der Gegend sein Wo die Leute Die Haie füttern Oder wo Fischereibetrieb ist Und die die Abfälle Reinschmeißen Ich weiß jetzt nicht Wie weit man davon entfernt sein sollte Da wo wir heute Mittag waren Ist ungefähr Ein Kilometer entfernt Ich glaube das sollte reichen, oder? Das ist einfach Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß ja nicht, was mit den Barraculas los ist, aber die verfolgen einen immer, wenn man abhaut und wenn man näher drangeht, dann gehen sie wieder leicht weg, aber die sind immer so nah, jetzt hier ist er wieder. Der kommt einem immer hinterher. Ich verstehe nicht, was sie von einem wollen. Dieser Ort ist schon wieder so unbeschreiblich schön und wir genießen trotz der Einsamkeit die Zweisamkeit. Im nächsten Video werden wir dann das Blue Hole, das einige Kilometer weit entfernt liegt, erkunden. Das ist einer der Orte, der von Beginn an auf unserer Liste stand und den wir unbedingt sehen wollen. Also, wir sehen uns nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch oder ein Feedback in den Kommentaren da. Bis dann, tschüss!